Hey! Was ist mit euch los? Hat doch nichts zu tun oder was? Ich grüße euch, Ghostsniper. Ich sehe schon, ihr wartet. Wir gehen gleich auf dem Acker. Wenn ihr trinkt, habe ich ein Jahr. Ich mache jetzt noch ein paar winzige Einstellen. Und dann schnappeln wir mal los. Also. Uno Momento. Highlander. Super. Ender? Nein. Super. Super. Grüße dich herzlich. Achja. Tja Leute, es ist ein bisschen später hier rum. Ich kann da auch nichts mehr. Und ich bin wie gesagt volltags tätig in Business und da kann ich auch nicht schreiben Sorry, weil wenn ich im Firmenwagen sitze, dann ist es ein bisschen schwierig. Weil YouTube ist ja nur Hobby. Aber ich sage trotzdem an der Stelle Sorry. Ich habe ja gesagt 18 Uhr. Naja, eine Minute später. So mit O. Ihr alten Zocker. So mit O. Ein bisschen wie sie sind. So mit O. So mit O. So mit O. So mit O. Ich finde sowieso alles raus, von daher, ah, geil, ach Lennow, so, mit Oh, alles kurz abgecheckt, der Chat stimmt. Oh, jetzt stimmt alles. Ja, ich wollte heute eigentlich noch was anderes zocken. Aber vielleicht mache ich doch heute, jetzt ist es erstmal Bloons, vielleicht mache ich heute dann noch zwei andere Spiele. Weil ich denke, da muss ich ja alle beköstigen hier und nicht nur immer die Bloons zocken. Und wie heißt dieses Spiel, Terraria, das wollte ich auch noch machen. Danke dafür, Reinigungs-Ingo. So, mit Ohren. Jetzt ist ja schönes Wochenende, oh, Leute. Freut ihr euch aufs Wochenende? Na, ihr wollt gucken, warum Bloons schwer ist. Na ja, dann gehen wir mal aufm Acker, oh. Für die Juhuns, Attacke. Da, ich sag's doch. Kein Bosskampf zur Verfügung. So ein Schmarrn, ey. Wow. Kann ich nicht gepauern. Toll, was machen wir nun? Blödsinn. Blödsinn. Ach, das ist doch jung. Bosskampf. Thank you. Thank you very much. Renn-Event. Was ist ein Renn-Event? Ne, dann machen wir Renn-Event. Oh, da muss ich jetzt so rumschreien. Renn-Event. Mega. Renn-Event. Ja, sonntags hab ich mich. Renn-Event. Wern-Event. 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 Ist für mich so dramatisch. Einfach mal durchklicken und Attacke. Was ist Renn-Event? Oh, Rennuhr. Nein. Das ist doch schon was Stressiges. Nerviges. Das kann ich alles bauen. Sniper, Boat. Ah, das war doch dann klar, ja. Oh. Ach so, so schlimmer wird's. Ach du Scheiße. Oh. Was hab ich gemacht? Was hab ich getan? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was hab ich gemacht? Oh mein Gott. Ich wusste jetzt nicht, dass da Balance kommt. Auch wenn hier so ein Logo ist. Oh. 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 Ach so. Ach jeder, nicht all den Money. Naja. Oh. 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 Was zockt ihr? Mann, das hält doch mein Rechner sowieso nicht durch. Das Internet ist doch bei dir auch immer so hackelig. Wenn dann vier oder drei Leute da stehen. Meinst du das wirklich? Von mir aus, da warten wir es. Müsste nur sagen wo, wie, was. Und dann... Na ja dann Attacke. Was soll ich einstellen? Was für eine... willst du ja die Odyssey machen? Ach, die muss ich ja bei mir auch machen. Stimmt ja. Oder soll ich eine Kotte erstellen? Müsste doch mal ein bisschen schneller reagieren. Ne, ne. Wieso lädt mein Rechner jetzt übelst? Was ist hier los? Das gefällt mir gar nicht. Ah. Hellet Lose. Lädt was im Hintergrund. Bis Runde 120. Warte mal. Hellet Lose. Lädt bei mir noch bei irgendwas. Bei 97%. Gleich fertig. Vorher mach ich das Spiel. Bis zum Glück. 4, 2, 1. 2. 2. 2. 7. 2. 3. 2. 4. 1. 2. 2. 2. Ich meine, wenn ich dieses Zeit-Rennen mache, dann muss es umso da drin werden. Jo, macht das. Ich muss den immer noch in den Tränk holen. Uno momento. Weiter. Ich steune gleich. Zwei Jahre später brauchen. Ach, hier fällt ja auch ein. Ich habe der Suppe noch gar nicht gefragt. Wie alt er ist? Suppe, wo kommst du her? Wie alt bist du? Ich muss das leider bei jedem fragen. Ich meine, irgendwann geht das nicht mehr, weil es vielleicht ein bisschen mehr wird. Aber noch geht es. Jetzt nehmen wir so die zwei Fragen. Die sind immer schneller. Ich frage mich nicht, was wir jetzt hier machen müssen. Das ist jetzt schon mal ein. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht. So Leute, wir haben schon 2,49 Euro. Ihr könnt ruhig mal hier richtig rein ablassen. Haut hier mal vor Sticker rein für 9 Cent oder 1 Euro, das wär mal echt nice vor Weihnachten. Verlasst mich immer hier tot sterben. So, dann. Viel Spaß, SuperTV und mach nicht so hardcore hier. Wie kann man überhaupt seinen Helden ändern? Ich will mal einen anderen Helden haben. Den mit der Panzerfaust hier. Warum geht das eigentlich nicht? Das nervt mich. Ich mach die in der Öle hier. Keine Lust. Ja. So, fangen wir mal an hier an. Schön nebeneinander und nicht, dass hier alles sich laut wird, Anja. Super, du hast noch nicht meine Fragen beantwortet. Dein Alter und deine Herkunft. Ich meine kein Spielgeld, wenn dann richtiges Geld. Ha, ist das geil hier mal. Oh ne. Ja, das äh, ich weiß auch nicht. Wir haben ja hier so ne Einstellung, wo man das einstellen kann. Aber das ist irgendwie nicht verfügbar. Das nennt man Latenz. Und wahrscheinlich muss ich das eins zu eins ein bisschen einstellen. Obwohl ich der Meinung war, ich hab das schon eingestellt. Es steht auf normale Latenz. Niedrige Latenz, extrem niedrige Latenz. Ja. Ja. Das ist wieder neu. Ja. So ist halt schön. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Vielen Dank. oh ätzend und 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 Okay. Ah, super. Wow. 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 Ja, das kannst du doch vergessen. So Leute, wir machen jetzt noch bis halb. Und dann haben wir ja eigentlich genug gekämpft. Oh ja. 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 Können Sie jetzt. Oder ich gehe offline? Ey, macht die Hütte auf! Ah! Cool! 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 Okay. Nein, lass uns hier rein gehen, hier, da können wir mit deiner Waffe, ne stopp 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 hier, du hast ne coole Waffe. Ja, lass uns hier rein gehen, hier, da können wir mit deiner Waffe, ne stopp 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 stop Ich kann mich gleich warten. Todesweilen. Übersch. Oh nein, Boss Time. Oh nein. Weil ich ja so gut bin. Mann, das ist so ein Psychospiel mit meiner komischen Waffe hier. Da hat man keine Lust mehr. Du bist ja auch tot. Ah, ich fühle überall Schleim. Ja, 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 ich fühle überall Schleim. Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das für ein Spiel hier? Ich drehe hier noch durch. Mach hier mal bitte eine Pfeiltür. Was ist das für ein Spiel hier? Was ist das für ein Spiel? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wo ist mein Holz? Ich hab doch übeles Holz hier Oh, es nervt Oh, es nervt! Oh, es nervt! Hast du gehört? Enter, baue mal, ich möchte ein Zimmer bauen für andere Leute Zimmer vermieten Das kannst du auch mitbauen Also Möbel bauen, baue mal paar Möbel Die Tür brauchen wir noch Hier noch, nee, ich hab auch schon angefangen Oh, es nervt! 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 Das war's. Das war's. Oh mein, die Tränke sind alle. Oh mein, die Tränke sind alle. Oh mein, die Tränke sind alle. Enter. Großes Lager. Du kannst oben mal eine Tür bauen und mauern. Holzdinger. Oh mein, die Tränke sind alle. 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 So. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ah, jetzt habe ich noch ein Video gesagt. Ah, jetzt habe ich noch ein Video gesagt. Der ist nur am Sprengen da unten. Ein Lärm da unten. Ey, die haben keine Betten, Junge. Ey, was fehlt hier? Seit wann kommt die Zombie so durch die Klappe? Oh, wird doch kein Holz. Hast du noch Holz? Aber ich habe doch Holz. Hä? Ich möchte einen Tisch bauen. Genau. So, dann. Zwei Stühle. Und zwei Sprache. So. 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 Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ey Jo, jetzt kommt welcher, hier. Okay. Hier, jetzt kommt einer um. Geil. Jetzt kommen hier übelst die Typen. Ah, hier lassen wir uns die Mühe sein, ja. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kannst du nicht so schnell reagieren, wenn hier mal Action ist. Bist du jetzt weg, oder? Jetzt hat man sich einfach so nager hier. Wie komm ich hier aus der Bude raus? Aus deiner komischen Falle hier. Ah, meine Phrase. Ah, meine Phrase. Ah, meine Phrase. Tja, jetzt musste ich erst ein Heilballen. Sorry. Ah, meine Phrase. 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 Das ist schon mal was gefunden. Ja. Ne, höre ich nicht. Wieso? Was bedeutet das? Blutmund. Was müssen wir da machen? Da renne ich gleich mal nach Hause, ja. Was hast du zu meinen Zimmerchen, ne? Oh, nein. Oh, nein. Ich buddel jetzt mal. Ich buddel jetzt mal. Oh, nein. Ich buddel jetzt mal. Ich bin bloß da. Ich bin bloß da. Ich bin bloß da. Ich bin bloß da. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab mich fast selber gekillt. Das war's für heute. Was ist bei dir? Was kann vor dir das? Was hat geklappt? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich will doch einfach mal buddeln. Das war's für heute. Das war's für heute. Kommt ihr hier rein? Wie secker. Jetzt bin ich schon wieder zurück. Das gibt's doch nicht. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das war's für heute. Ach hier, deine Pfeildinger. Ah, das meinst du? Da brauchen wir doch eigentlich nur eine Granate rumzuschmeißen, oder? Das war's für heute. Das war's für heute. Wir bzw. Dankeschön. Daợi ich hier drauf. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Gucke mal hier in meine Falle. Gucke mal in meinen Labyrinth, ich will da drin sitzen. Das ist eine coole Falle. Nur weil ich die Lichter dahin gemacht habe. Du musst da Licht reinmachen, da rennt die drin. Die Flanchen. Und das ist gut. Ich kann es nicht noch selber bauen. Aber ich will da raus. Ich kann es nicht wiederholen. Ich hab es mir ein bisschen gerecht. Ich kann es nicht mehr sehen. Sog und das heißt, Sie wollen nicht mehr warm machen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Vielen Dank. Wir können ja eigentlich auch Ackerland bauen, weißt du das? Und darauf können wir dann die ganzen Samen pflanzen und dann wachsen übelst die Blumen da. Suppe ist online, supi, komm hier mit rein bei Terraria, bist herzlich willkommen, weil du ja Abonnent bist. Na, ich und Ender Tong, von Freunden, sind ja fast 4 Stunden hier schon, das suchtet das Spiel. Das suchtet, das suchtet. Sollte. Sollte. Guck mal ganz oben im Tower. Guck mal ganz hoch. Da hat sich einer eingesperrt. Was macht der da oben, Junge? Der kommt da nicht mehr raus? Was geht bei dem? Wie ist der da reingekommen, Junge? Das ist vor allem ein Besucher. Wir haben hier unten auch noch einen. Hier unten, guckst du dich an. Ich weiß nicht, wie der da reingekommen ist. Ich habe es auch nicht gesehen. Ich gucke jetzt nur und wundere mich, was da oben für ein Freak hängt. Ja, dann schnell kaufen. Unten im Link bei mir ist es drinnen. Soll ich es dir reinpacken? Kannst du draufklicken. Kannst es dir runterladen. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte mal. Ach doch hier, warte. Wo ist es denn noch? Ach ja. Ich habe es dir in der Beschreibung unten reingepackt. Terraria. Klickst du drauf, 9 Euro, erledigt. Das lädt auch ganz schnell runter. Und was geht nun mit dem hier? Er kommt nicht raus, oder was? Bau eine Tür hin. Darius ist das. Oh, hier können wir Waffen kaufen. Steinschlosspistole. Ey, nice. Oh, ich kann die nicht kaufen. Ich kann die nicht kaufen. Verflucht, verflucht. Ich krieg die irgendwie nicht. Jetzt haut er ab. Ich kann die nicht kaufen. Du hast dein ganzes Geld außer hier. Ach du heiliger. Ach nee. So, was wollte ich jetzt eigentlich bauen hier? Ach, ich wollte ja unseren neuen Gast besuchen. Tüdelnirma. Hier ist ja noch Bergmann. Wo ist der? Hier ist der Bergmann. Hochgeschäfte. Oh, hier Dynamit. Geil. Das ist gut. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Das brauchen wir alles. Oh, Granaten. Wir kommen her zu dem Bergmann. Ganze Granatenkurven und alles. Das brauchen wir ja. Dynamit reicht nicht. Guck wo er schon ist. Ja, das ist nicht teuer. Wie gesagt, das lädt auch ganz schnell. Machs klar, komm rein hier, geh über meinen Link, da tust du mir noch was gut und dann alles gut. Da kommst du mit rein, wa? Enter freut sich bestimmt auch. Lieg mal, wollen wir nur einen Garten bauen? Aber nicht hier rechts auf meine, sondern hier oben, nach hier Landtüdel. Das ist doch ein Genio. Erde. Hast du im Keller, ja? Weil ich hab nämlich übelst die Samen. Aber da wächst doch nichts. Da wächst aber nichts, wenn im Keller hast du doch keine Sonne. Weil wir haben übelst die Samen. Wir können richtig Ackerbau machen. Und dann haben wir eine coole, coole Pflanzen. Geht, ja? Na dann Attacke? Da müssen wir noch, äh, müssen wir noch Zimmer bauen oder was? Oh, der Waffenhändler ist immer noch da oben. Der ist so, oh nee, was der da oben abhängt. Fünf Gold und, oh, hab ich noch nicht. Ah, ich will die Waffe. Shit, ja. T Sociuck. T Bull. Tix, jetzt, bitte, diesen Tag kann ich auch noch nie. Ich habe mein ganzes Schild in der Luft gehauen. So warte mal da muss ich mal das Schild hier hinstellen. Hier bei den kannst du die Dinger kaufen. Achso, ja, beruhige dich. Oh, das ist ein Trackblock. 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 Oh, ich habe noch viel Material. Wahnsinn. Pülze. Wow. Was kann man damit eigentlich nicht machen? Kann platziert werden. Oh. Schöpfe Ach du Scheiße, jetzt habe ich ein Pilz gegessen. Das ist ja totaler Blödsinn. Haftdreckbomber. Ist das geil. Die Eule, die ist weggeflogen. Das sah so fett aus. Da kriegst du eine Love-Flash hier. Geil. Geil. Ich habe die Eule weggekriegt. Der sah so krass aus. Der hättest dich weggefeiert, wenn du das gesehen hättest. Oh ne, war das lustig. Endlich mal was lustiges hier. Aber dieses bauen, das macht schon irgendwie süchtig. Ich weiß nicht. Oh, ich habe noch so eine richtige Dreckbombe. Oh, die haut richtig rein. Ich habe noch so einen Amboss. Brauchst du den irgendwo? Oh, eigentlich müssen wir ja was herstellen. Oh, ein paar Schwerter. Ein paar Schwerter herstellen. Wo soll ich denn hinstellen? Wo soll ich denn hinstellen? Was hört, liegt mal. Gleich kommt Verstärkung ins Game. Hier ist der Dings. Genau. Wir müssen doch irgendwie Schwerter bauen können. Ich brauche mal ein richtiges Schwert. Ich habe hier so eine komische Zombie-Hand. Die hat übelst Power. 17. Hat die Abzug. Aber ich will ein richtiges Schwert mit einer richtigen Rüstung haben. Ich weiß nicht, wie ich die schmieden kann. Silberbomben und so habe ich auch alles. Hier. Warte. Ah. Silberbomben. Warte, warte, warte. Musst du mal, warte mal. Ich gucke mal. Silberbomben. Warte mal. In eurer Kiste habe ich Silber- oder Goldbomben. Ich will das ja auch nicht mehr. Ey, du hast mich ausgeraubt. Wo sind die Goldbomben? Hier. Kupferbomben. Da müssen wir was draus bauen. Wir brauchen richtige Rüstung. Brauchen wir hier. Bleibarm. Ja, 13. Da armt der nicht. Aber der hat 17. 17 Nahkampfschaden. Da kann dein Schwert nicht mithalten. Bleihelm. Ah ja, den könnte ich nehmen. Ja, die Flasche trinken soll nicht so angenehm. Meine Limbo Mario trinken. Schmütliches Radlerchen. So Leute. Ich könnte was snacken. Was können wir noch cooles bauen? Waffen. Waffen brauchen wir. Oder wir buddeln irgendwo mal. Oh, hier habe ich noch eine Kiste. Hier habe ich noch eine Kiste. Oh. Ey, der Waffenhändler ist in unserer Bude. Na ja, dann los. Gehen wir zur Höhle. Machen wir. Na los, schnell, ist es dunkel wird. Übrigens kommt jetzt noch Dings hier mit rein. Super. Jetzt buddelt er hier einfach. Ey, wir kommen hier nie wieder raus. Wenn die Zombies hier reinfallen. Wir haben hier so die Arschkarte. Waffenhändler, dass wir mal hier nicht mehr sehen. Wir nehmen sie zu. Wir nehmen sie noch mal. Ich bin oder so hier. Waffenhändler und dann wieder zu organisieren. Wir machen, wir nehmen die Tümpel. Wir nehmen sie mit. Wir brauchen Sie jetzt noch zu diesem Mal. Wir nehmen sie unternehmen. Wir nehmen sie mit dem Lingen. Wir nehmen sie mit. Wulffstum, wow. Jetzt haut er hier ab, das gibt es doch nicht. Ja, dann sterben wir hier, super. Hier durch, genau. Nein, runter. Muss ablaufen. Komm nicht mehr hoch, ich sterbe. Oh, oh, oh. 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 Ah, ich komm ja auch nicht hier hoch. Ah, was ist das? Ich sterbe. Hier ist noch irgendwas. Ah, 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 ah. Ein Fisch? Oh, ich krieg keine Luft mehr. Ich komm nicht mehr hoch. Ich kratz ab. Ah, shit. Uuuuh. Ach nee, du. Guck mal, um. Haken kann mit unteren Skelettungen erbrötet werden. 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 Haken kann mit unteren Skelettungen Claro Solo still unterstützen. Ah, 3 kratzer Stücksien unterscheiden muss ein höhererienieGR Melanie dem proveenbly. naja da unten war nicht wirklich was lass uns das loch verschließen und gut oder auflassen ja da können die ganzen zombies reinfallen weißt du was wir brauchen wir brauchen gold holen wir lassen uns mal rohstoffe suchen riecht das wird das wird geile rüstung oder schwerter schwerter und lass uns mal nach hier hinten gehen nach hier nach da bis zum ende nach da platin ok na besser geht es ja nicht deswegen stirbst du auch nie so schnell ich bin ja hier voll am naja dann bauen wir hier unser hotel weiter oder was oder wie auch immer sowieso gedunkel jetzt hier rotmund da misst ich ja wieder los da misst ich ja wieder los googleblase streicheln Streicheln! Schade, brauche ich nicht Bergmann's Helm? Was baut denn jetzt? Lass uns mal einen Jarten bauen! Schade, 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 schade! Schade, 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 schade! Schade, 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 schade! Schade, 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 schade! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das Haus ist nicht sicher genug. Ach, bei Rotmond kommt die ja durch. Hat's dir gesagt, oder? Stimmt. Oder? Nee. Doch, die kommt durch. Ach du Scheiße. Die sind alle in ihren Zimmern. Ah, ha, ha, ha. Das sind die ja kleine Bombe. Ja, ja. Ja, ja. 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 Das kann ich nicht machen, weil ich nicht so eine krasse Rüstung habe. Ich kann da nicht rumloben. Das ist Witter. Siehste? Total sinnlos. Total sinnlos. Ich bin gleich Witter tot. Du bist da oben sicherer. Sicherer oben. Da kriegst du mich nämlich gerne. Hier, da wo unser Generator ist. Ach so, damit die da runter kommen. Jeder so. Alles gut. Ich hocke doch nicht da unten. Der Typ. Was darf ich Licht hier in deine Höhle machen? Das gibt's doch nicht. Nur mit dem Licht kommen die hierher. Und die das Licht sehen. Dann kommen die. Jetzt macht er die wieder weg. Du bist eine Granate. Oh, fünfeinhalb Stunden. Äh, viereinhalb Stunden, Junge. Ja. Ja. Mein Hörter ist mal ja öffend. Hier im Samstag. Ja, das kommt nicht. Oder geht's. Du bist also. Ich hab mich letztes in die Höhle. Du bist noch, wenn du bist. Du bist noch nicht im Samstag. Du bist also. Wir Du bist ja auch nicht im Samstag. Du bist noch nicht im Samstag. Du bist jetzt hier. Du bist dern Saal. Du bist dern Saal. Du bistá. Reine Güte, wir sind gut auf die Jahre. Na ja, klar. Ist schon richtig, dass das klappt. Eine Armee. Eine Koblenarmee. Ist das dein Ernst? Wieso super, das ist absolut Müll. Na ja, die wollen uns platt machen. Oh nein, Junge. Na ja, ich habe genug Granaten hier. Oh, wie da unten bleiben. Das ist doch langweilig. Ich will mal richtig kämpfen. Von meinem Schloss oben. Schnellen Granaten runterballern. Das ist doch langweilig, wenn man hier unten sitzt und... Ich kann ja nicht mal irgendwen umbringen hier. Das ist ja... Ich habe nicht mal... Hier... Nichts... Nichts... Nada... Nichts... 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 Ey, die lag schon durch unsere Booter. Das gibt's doch nicht. Ey, wir müssen ja... Wir müssen die Türen sichern. Bis die da nicht rinkommen. Ich habe sowas nicht. Geil. So ein Greifarm. Wir müssen die Türen kommen. Ach ja, das hier. Ach so. Ja, ich weiß nicht mal was zu tun hier. Das ist doch sonst die Türen. Ach so. Ey, hier, ich war abgeschossen. Sitzt ja wohl nicht. Wenn die meine Booter oben klar machen. Da gehe ich gleich auf dann. Dann ist es mir egal, ob ich sterbe. Für die Türen ist immer das viele... Verneinander. Und das ist ein Zb immer bei der Türen. Ich bin hier. Ich bin hier. Für mich die Türen ist nicht. Ich bin hier. Um hier. Wurzune das Boden ist gerade. Also PI-Dem. Ich bin hier. Ich bin hier. Wie weit stretched die Türen? Ich bin hier. Ich bin hier. Und hier ist das. Da wird doch! Zauber! Oben! Boah, Alter! Oh, Alter! Ich kann ihn immer durchziehen! Oh, wie viel hier gerade? Ist die Harder, ja? Untertitelung des ZDF, 2020 Klaus, hier ist Gold Ich brauch mal Goldmünzen, ja Goblin-Klatscher Oh, liegt mal, 50 Goblins hier alle Glückwunsch Oh 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 Hat Tai! Das was zu essen! Und ne Ohr! Und ne Krone! Das ist ja nice! Ich will die Krone! Gib mir die Krone! Kauf die Krone! Schaffst du das? Das ist das Ideal! Die setz ich mir gleich auf! Der baut schon wieder irgendwas! Kein Geld! Ich hab noch Geld, aber meins reicht nicht! Warte mal! Warte mal! Ich hab doch Geld gehabt! In einer Truhe hab ich Geld! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Ketter! Plus 2! Ketter! ... Vielen Dank. Das Geld, das hat er hundertprozentig nie geklaut. Klaut und gleich ausgegeben. Geil. Naja, gut, da kann ich das halt nicht haben. Das ist ja nun auch nicht dramatisch. 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 Ja, das Sohn-Sohn-Sohn. Oh Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. Keine Werkbank hier oben mehr. Oh, will er bis runter lassen. Ja, liegt mal, wenn du essen möchtest. Ey, ich komm nicht in unser Zimmer rein. Das ist so nervig. Ich stöße immer da oben an. Boah, jetzt stoße ich da an. Ist doch ätzend, Alter. Ist das ein Schild so großes? Oh, was ist das? Reden gut. Ach, das ist ja. Ah! Oh, hier, ich schenke dir was. Komm her. Weihnachtspudding. So, Leute. Wir machen jetzt noch bis 5 Stunden voll. Und dann, also das heißt, noch 11 Minuten. Dann haben wir 5 Stunden Stream. Hinter uns hier. Also, gebt noch mal Vollgas hier. Mit was auch immer. Suppe hat's Spiel runtergeladen, mehr nicht. Mehr ist nicht passiert. Vielleicht kommt er beim nächsten Mal mit rein. Was ist das für ein Bildchen hier? Was ist denn nun mit den Ambos? Können wir da was bauen? Ne, was? Ne, was? Geht das eigentlich auch, dass du jetzt praktisch da reingehst? Geht das einfach? Geht das? Oder ist das nur, wenn ich meinen Rechner anmache? Okay. Ähm. Morgen ist schlecht. da habe ich besuch beziehungsweise familie ist dann da also wahrscheinlich sonntag wenn überhaupt aber ist sonntag so gegen ich sag mal 6 7 also abends vielleicht ja wo brennst du hin jetzt nur action machen wo bist du denn da ist doch schon da irgendwo hingerannt du bist doch ja nicht mehr du bist doch ja nicht hier hinten es ist ja wieder vorne ach da unten was ist denn da schönes gebaut nicht dort machen ist das ein terrarium oder hast ein tier gefangen schön cool ich bin abgestürzt das geht ja auch nicht auf die fallte hast du mir ja hier habe ich ihn jetzt nur red weiter fernkampfwaffe die mich doch kleiner ausprobieren geil danker cool da könnte zombies kommen ja ja ghost sniper in der hood das rasiert ja richtig krass weg hier ja 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 das ist ja 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 hier ist nur im sprengen hier was ist das für eine warte ich habe trinkt warte warte nimm nur ein naja gut nimm wohn noch trank oh na das wollte ich jetzt nicht na das wollte ich jetzt nicht mal für dynamit das oder was oh auch nicht was hast du für eine ich finde das das sprengen hier cool naja weil du immer da irgendwas blau ist zündest das will ich auch haben was ist das für zeug warte zündest schaff H schaff 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 da war weg da wieso tust du dich immer dahin stellen weil die da nicht hoch geht oder was ich weiß nicht was du baust ach jetzt brauchst du einen garten oder was lass mich doch auch mal mitbauen nur schlampflug Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020